Nicht alle Geburtstagsgeschenke sind gleich. Manche Leute bekommen teure Geschenke. Und manche Leute bekommen kreative Geschenke. Ich mal mir ein paar Airpods. Schaut euch Wurros neues Video über teure und günstige Geburtstagspartys an. Hi, ich lade euch zu meiner Geburtstagsparty ein. Hm, nein. Und was sagt ihr jetzt? Oh, na klar. Eine Party. Ich liebe Geburtstage. Schüler, was ist hier los? Dieser Millionär schmeißt eine Geburtstagsparty. Wirklich? Ich will auch kommen. Du kriegst eine Eins plus. Kriege ich also auch eine Einladung? Hm? Hm. Okay, du stehst auf der Liste. Es gibt eine billigere Möglichkeit, Leute zur Party einzuladen. Hört mal alle zu. Kommt zu meiner Geburtstagsparty. Hey, was willst du? Du. Ja, du. Kommt zu meiner Party. Hm? Äh, du? Hm? Okay, dann eben du. Du kommst zu meiner Party. Keine Angst. Komm einfach. Oh, warte. Vielleicht kann der Typ an meiner Stelle gehen. Er hat eine Weile nichts gegessen. Hm. Hm. Hm, okay. Lass uns Freunde sein. Los, komm. Lass uns feiern. Also, das ist die beste Location. Nimm doch Platz. Ich werde dir alle Besonderheiten unseres VIP-Clubs zeigen. Lichter. Tada. Genieß diese himmlische Lichtinstallation. Und Konfetti natürlich. Lass uns jetzt das Menü besprechen. In Ordnung. Wo soll ich es hinstellen? Ein Moment noch. Unser Club hat lebende Tische. Los. Trau dich. Es wird ziemlich stickig hier drin. Oh, Moment. Hier ist dein persönlicher Diener. Kann ich die Geschwindigkeit ändern? Natürlich. Hier ist die Fernbedienung. Schneller. Ah, schon besser. Danke. Mir gefällt's hier. Ich werde den Vertrag unterschreiben. Jemand hat ein paar Luftballons weggeworfen. Gutes Timing. Ich werde sie benutzen, um meine Party zu verziehen. Die Fotozone wird hier sein. Und die Gäste können hier sitzen. Das wird bestimmt lustig. Etwas Toilettenpapier und Kreativität. Und ich habe tolle Dekorationen. Ich habe es echt drauf. Zeit, die Luftballons zu dekorieren. Heute ist mein Geburtstag. Es muss feierlich aussehen. Ich bin bereit für meinen Geburtstag. Und hier sind die Gäste. Herzlichen Glückwunsch. Das ist für dich. Und jetzt? Überraschung. Hm, eine Torte. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Wow, danke fürs Kommen. Auf Mikes billiger Geburtstagsparty ist die Torte nicht echt. Aber sie landet trotzdem in seinem Gesicht. Überraschung. Cool. Alles Gute. Mädels, schaut euch die Unterhaltung für den Abend an. Ich habe an alles gedacht. Zirkusturnerinnen. Wahnsinn. Jongleure von einer Talentshow. Wow. Der Gitarrist von Ed Sheeran. Ich liebe deinen Sound. Bravo. Schaut euch das an. Superman höchstpersönlich. Hi. Dieser Abend muss noch aufgeheizt werden. Wow. Superman. Superman. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist ein Geschenk für dich vom Clown. Das Hündchen will heute wohl nicht so ganz klappen. Jetzt bin ich ein Ninja. Und jetzt kriegt jeder was zu essen. Guten Appetit. Bye Clown. Hallo Superman. Wow. Ich liebe Superhelden. Er ist so cool. Und so stark. Ich nehme das hier. Alles Gute. Wir haben Hunger. Bringt das Sushi rein. Dieser professionelle Sushi-Koch kann die Zutaten in der Luft in Scheiben schneiden. Und hier ist die geheime Zutat. Goldgewürz. Wow. Bravo Sushi-Sensei. Wir müssen Fotos von diesem kulinarischen Meisterwerk machen. Guten Appetit. Mh. Lecker. Mädels. Lasst uns etwas Spaß haben. Los. Folgt mir. Die Fische warten. In die Sushi-Volt könnt ihr angeln gehen. Hier ist dein Geschenk. Das ist eine Lotterie. Ach Leute. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich habe schon alles. Das ist eine Lotterie, die man nie verlieren kann. Such dir was aus. Was habe ich bekommen? Mal sehen. Danke Leute. Behaltet das als Dankeschön. Nicht gucken. Wow. Überraschung. Wow. Ein neues Motorrad. Wow. Ich habe noch eins. Was für ein tolles Geschenk. Hier ist dein Geschenk, Mike. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wow. Ist das das, was ich denke? Wo ist das Geschenk? Da ist mein neues Motorrad. Oder auch nicht. Ah, hier ist mein Geschenk. Was? Echt? Ein Motorrad aus Papier? Das ist total selten. Träume wären wirklich wahr. Möchtet ihr ein Dessert? Chef, bring die Torte. Wow. Ist die groß. Diese Torte ist so groß wie das Empire State Building. Ich habe endlich die Kerze erreicht. Mann, ist die groß. Ich wünsche mir was. Möchtet ihr was abhaben? Ups. Mike. Jetzt reicht's. Bei, alter Freund. Danke fürs Kommen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und ich werde mein Muffin essen. Wow. Wo ist das ganze Toilettenpapier? Oh, stimmt ja. Wie fandet ihr unsere verschiedenen Geburtstagsfeiern? Schreibt uns, zu welcher Feier ihr gehen würdet. Wir sind gespannt. Vergesst nicht, Uho zu abonnieren. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.